Und das Weltwunder dümpelt da so vor sich hin. Wir haben Eisenwerkzeug. Es war nicht viel, aber wir haben welches. Da ist es wieder weg. Alles Wahnsinn. Alles Wahnsinn. Das übersteuert ganz schön. Geht mir ganz schön auf den Zeiger, die Sache. Aber hey, was willst du machen? Warte kurz, ich versuche das mal ein bisschen zu regeln. Machen wir da mal eins runter. So, was passiert jetzt? Was macht mein Weltwunder? Ja, Luxusgutsstufe 2. Bräuchte mehr Schneider. Da könnte man drüber nachdenken. Bei Zeiten. Ah, die tragen da Sachen hin. Wie irre. Na gut, das ist halt auch viel, was da hin muss. Wir können den Verbesserungsbaum weiter mit der Viehwirtschaft machen. Ja, die drei Einwanderer akzeptieren wir auch. Und jetzt wird hier gebastelt. Seht mal zu, Alter. Ich könnte das halt... Oh, beschleunigen kann ich. Das kostet 95.000. Oh, und dann ist es Natascha ein Altersschwächersturm. Was macht die Schule? Schule ist einfach da, ne? Oh, krasses Teil. Krasses Teil. Das ist ja Wahnsinn. Wattenriesen... Wattenriesen-Klopper, Alter. Beteilige dich an... Oh, der... Wo baut man denn das hin? Ah, das muss man auch hier irgendwo hinstellen. Ach, du Vater. Das muss auch hier irgendwo hin. Naja, dann... Können wir ja vielleicht hier hinstellen. So ans Wasser. Mit so einer gewissen Romantik versehen. So, dann machen wir hier einen Weg und dann so... Spionagenest aufdecken. Mhm. Ja, finde ich jetzt irgendwie... Weiß ich nicht. Kann man hier was machen? Nee, kann man nichts machen. Das können wir hochstufen. Und dann könnte man jetzt hier drüben noch mehr Zeug anbauen. Für geilen Scheiß. Ähm, ich hätte da ein paar Pläne, Freunde. Und zwar... Machen wir jetzt mal hier hin. Und zwar kein Weizen, sondern Kartoffeln. Und dann macht man hier drüben weiter. Naja, das kannst du bis ans Wasser ziehen. Kartoffeln. So, dann kaufen wir direkt ein Lagerhaus. Sekunde. Ich überlege gerade, wo wir das hinstellen. Das stellen wir... Hier hin. Und dann gibt's da eine Straße. So, das lassen wir da hinlaufen. Da hin. Hier hin. Und jetzt müssen wir mal gucken. Dann kann das... Nee, darunter kann's nicht einfach. Okay, wir machen das mal bis hier. Und dann haben wir ja hier eine Straße. Das ist ja so. Dann können wir auch hier gleich die... Die Fußwege upgraden. So. Das wird dann. Oh, da fährt einer mit dem Karren durch die Gegend. Krass. Ach, das ist schon irgendwie alles ganz schnuckelig. So. Da drüben sieht's gut aus. Wir haben genug Weizen. Das ist eigentlich alles reichlich da. Bis auf Brot. Aber das hat vielleicht auch mit der Produktionsmenge zu tun. Mit der Keramik weiß ich auch noch nicht so genau. Da graden wir jetzt auch mal ab hier. Schwachsinn da. So. Das wird alles geupgradet. So, da können wir hier zwei Dinger reinmachen. Dann sind die... Dann haben die eine hohe Arbeitsmoral. Dann haben die eine hohe Arbeitsmoral. Und wir könnten dann auch mal so langsam, aber sicher drüber nachdenken, ob wir unten nicht die... Die Dings... Die Wege machen. Kann man hier irgendwas machen? Wir können größere Schächte bauen. Machen größeren Schacht. Ich weiß nicht, ob's was bringt. Wir machen's einfach. Einwanderer 3. Oh, nein. Die muss ich leider ablehnen. Wir können weiter mit der Viehtechnologie machen. Ich hab da auch noch eine Schafarm hier rumdümpeln, ne? Damit die da nicht so vorkommt, können wir die ja da mal hinstellen. Oh, eine Kombostufe erreicht. Wahnsinn. So. Ziehen wir das hier hin. Und das hier hin. Und das machen wir dann hier so rum. Dann können wir das hier so hin machen. Und das machen wir dann hier so hin. Ja, das soll's da abreißen, wenn's denen geht. Gucken wir uns mal an. Ja, nee, das geht. Kann man so. Kann man so lassen. Das ist in Ordnung. Dann machen wir hier noch neuen Weg hin. Und hier noch. Dann ist das irgendwie alles einigermaßen chillig. Ich hab doch hier so viele Universalkarten. Krankheit. Was willst du mir denn damit sagen, Alter? Was willst du mir denn damit sagen? Es ist doch eigentlich genug von allem da. Da geht uns jetzt nicht aus. So, hier werden die ersten Kartoffeln abgebaut. Ja, das kannst du da reinliefern. Kartoffeln, bitte da rein. Danke. So, und dann müssen wir nochmal gucken, was wir noch haben. Wir haben irgendwas mit Kartoffeln, Bier, Kerzen, Köhler. Die Kathedrale hab ich gebaut. Eine Festung, Fischerhütte, Botschaft. Die darf ich nirgends bauen. Goldschmelze, Körnspeicher, Obstsammlereisen, Mini-Jagd-Hütte. Oh, wir brauchen vielleicht das Kräuterlabor. Das könnte es vielleicht sein. Das machen wir als nächstes. Ich möchte jetzt erstmal gerne wissen, ich brauche nicht Wodka-Distillerie. Da wird mit Kartoffeln gearbeitet. Dann machen wir Wodka. Und dann machen wir noch die Kräuter. Das Kräuterlabor. Da müssen wir mal gucken, wo wir das jetzt hinstellen. Das stelle ich hier einfach an den Rand, weil hier drüben halt auch echt viele Kräuter wachsen. Dann machen wir gleich zwei. Und dann könnten wir überlegen. Erstmal auf. Fernstraßenbrücke, eine Brücke. Wir können hier doch bestimmt eine Brücke bauen, oder? Guck mal, dann können wir zwei Brücken machen. Wahnsinn. Und dann können wir das hier miteinander verbinden. Und dann können wir das hier dran machen. Und dann könnt ihr da so richtig effektiv was machen. Und dann machen wir hier noch ein Feld hin. Das ziehen wir bis da. Und dann können wir da auch nochmal Kartoffeln anbauen. Und dann wird das. Dann wird das. Dann wird das. Actually, bezieht's. Dann wird das. Dann wird das. Ich baue doch schon Häuser, ihr Kackvögel. Wobei, jetzt haben wir beim Luxusgut zumindest genug Kleidung. Das ist bestimmt durch den zweiten Schneider. Ja, wir akzeptieren jetzt auch die Einwanderer. Ich muss nur aufpassen, dass das mit der Nahrung auch klar geht. Nicht, dass wir uns hier total verspekulieren. Wie sieht es denn hier aus? Bauarbeiter, Arbeiter. Ja, ich habe doch schon den Kräuterheins am Start. Die machen doch hoffentlich schon was. Guck mal, die brauen doch schon Medizin zusammen hier. Guck mal, wir können hier einen verbesserten Katalysator reinkloppen und Ernte. So, das geht doch alles. Und die legen das auch schon da ab. Wir haben schon ein bisschen Medizin. Ich denke, das dürfte effektiver sein. Wirksame medizinische Kräuterextrakt zur Behandlung von Krankheiten. Dann können wir da loslegen. Ich frage mich, ob das als Luxusgut zählt. Äh, ne. So wie es aussieht, oder? Was ist denn das? Wodka. Hm, Wodka ist das Luxusgut. Was können wir da machen? Da rein. Bitte. Danke. Haben wir hier irgendwas, was wir da reinwerfen können? Da. Das. Da kommt das rein. Und dann passt das. Die Einwanderungswürde brachte fünf Einwanderer. Oh, das Ding arbeitet noch. Sekunde. Wo ist das Ding? Ich muss das mal gerade pausieren. Äh, nicht priorisieren. Pausieren. Ich meine das ja nicht böse. So, hier können wir eine bessere Angelausrüstung festmachen. Das Ausgabelager des Fischers ist voll. Hm. Irre. Irre, sag ich. Irre. Das Lager ist zu weit entfernt. Oh, das ist kein Problem. Ich baue dir ein Lagerhaus hier hin. Das stellen wir direkt hier in die Nachbarschaft. Oh, da wird noch Weg geklöppelt. Wir machen hier... Oh, da haben wir ja auch was, was wir verbessern könnten. Oh, da haben wir auch was, was wir verbessern könnten. So, da werden Kartoffeln geerntet wie bekloppt. Ich weiß nicht, ob das... Ja, das mit dem Wodka, das reicht nicht, ne? Aber Kartoffeln haben wir wahrscheinlich genug, ne? Aber Wodka alleine... Eine Brennerei wird wahrscheinlich nicht ausreichen. Nein. Eine Brennerei wird da nicht ausreichen wahrscheinlich, um... ...den Bedarf nach Luxus gut zu erfüllen. Das Ausgabeinventar ist voll. Wir könnten mal noch einen Lieferservice bauen, aber... Keine Ahnung, ob der was rausreißt. Aldersschwäche wird hier gestorben. Guck mal, die haben sich schon... Die haben sich schon geupgradet. So, Klamotten gehen. Können wir eine Burg bauen, glaube ich. Ah, haben wir freigeschaltet. Äh... Dann machen wir die Burg schützen. Oh, wie können wir das machen? Schließen. Möchten Sie eine Burg kaufen? Wir können eine Burg hinstellen. Das ist Wahnsinn. Das Ding muss auch irgendwo hier auf die Seite. Wir könnten... Das hat eine Straße, ne? Warte, ich drehe es mal so. Das kann... Oh! Da brauche ich aber Glas für. Und ziemlich viel Stein. Ähm... Wie viele Steine habe ich denn? Oh, nur noch 700. Warte. Äh... Stein... Steinbruch. Den bauen wir. Können wir den hier irgendwo hinstellen? Set... Set is a question. Warum habe ich kein Holz mehr? Hä? Ich habe doch 7000. Einwanderer. Ja. Produktivität. Schließen. Äh... Straße. Moment. Wir bauen da die Straße hin. Ziehen das nach hier. Hab doch Holz. Wiß gar nicht, was du willst. So, jetzt könnte das mit den Steinen auf jeden Fall schon mal wieder steil gehen. Das mit dem Leder geht auf jeden Fall massiv steil. Da habe ich auf jeden Fall gar keine Probleme. Da ist auch das Lager jetzt nah genug dran. Habe ich eigentlich jetzt einen zweiten Schneider, ja? Der macht das hier. Der könnte aber Wollkleidung machen. Das mit dem Wodka. Das mit dem Wodka. Das mit dem Wodka ist eher so eine Distillerie. Da. Können wir die noch irgendwo hier hinquetschen? Na, die müssen wir dann hier hinstellen, ne? Warte. Da ist der, da ist der Dings im Weg. Da ist er dahin. Eine Güte. Moment. Das Lieferziel wird festgelegt und zwar da.